Hallo, den Flächeninhalt von einem Kreis mit Radius R können wir mit der Formel A ist gleich R² mal Pi berechnen. Je größer der Radius ist, desto größer ist auch der Flächeninhalt vom Kreis. Wir können also sagen, der Flächeninhalt ist vom Radius abhängig, denn wenn sich der Radius verändert, verändert sich auch der Flächeninhalt. Der Flächeninhalt von einem Kreis ist abhängig vom Radius R. Das bedeutet, kennt man den Radius R, so kann man sich mit Hilfe vom Radius den Flächeninhalt des Kreises berechnen. Wir wollen uns aber Arbeit ersparen und den Flächeninhalt nicht selbst berechnen, deshalb kommen wir zurück zu unserem Roboter. Den Roboter übergeben wir einen Radius und dieser berechnet uns dann automatisch den Flächeninhalt vom Kreis mit diesem Radius. Sagen wir dem Roboter zum Beispiel, der Radius vom Kreis sind 5 cm, dann liefert uns der Roboter das richtige Ergebnis für den Flächeninhalt, nämlich ca. 78,5 cm². Den Roboter können wir aber auch als Funktion hinschreiben, nämlich die Funktion a von r ist gleich r² mal Pi. Mit Hilfe der Funktion a von r ist gleich r² mal Pi sollen wir nun diese Wertetabelle vervollständigen. In der linken Spalte steht immer der Radius in cm, der Radius 0 und so weiter bis zum Radius 7. Und in die rechte Spalte sollen wir den Flächeninhalt a von r in cm² schreiben. Versuche zunächst die Tabelle selbstständig zu vervollständigen und pausiere dazu das Video. Berechnen wir zunächst den Flächeninhalt für einen Radius von 0 cm. Also a von 0 ist gleich, für den Radius haben wir 0, 0 zum Quadrat mal Pi und das ergibt insgesamt 0. Das heißt, wie zu erwarten war, für einen Radius von 0 cm haben wir einen Flächeninhalt von 0 cm². Berechnen wir nun den Flächeninhalt für einen Radius von 1 cm, also a von 1 ist dann 1 zum Quadrat mal Pi. 1 zum Quadrat ist einfach 1, das heißt wir haben 1 mal Pi und das ist einfach Pi und Pi hat ungefähr den Wert 3,1. Das heißt, der Flächeninhalt bei einem Radius von 1 cm sind ungefähr 3,1 Quadratzentimeter. Ich habe die Ergebnisse der Flächeninhalte für all die Radien bereits berechnet und hier in die Tabelle eingetragen. Du kannst sie mit deinen Ergebnissen jetzt vergleichen. Als nächstes sollen wir diese Wertepaare hier als Punkte im Koordinatensystem einzeichnen, damit wir dann den Graphen der Funktion a von r skizzieren können. Versuche das zunächst wieder alleine und passiere dazu das Video. Ich habe zunächst die Wertepaare hier als Punkte in das Koordinatensystem eingetragen und wenn wir diese Punkte nun mit einer Kurve verbinden, dann haben wir den Graph der Funktion a von r skizziert. Das war es für dieses Video und im nächsten Video seht ihr eine typische SRP Aufgabe zum Thema Funktionen.